Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhard von Profischnacht.de. Ich teste für Sie heute ein Himmela Sofa Cumuli. Jetzt ist es zu. Zwei Sitzer mit Vollfunktion manuell. Ilena Longlife Soft Zigarre. Okay, es ist ein Braunton, ein schlammiger Braunton. Das erste was ich sagen will, ich sitze hier sehr gut drin. Das Cocktail drückt mich ein bisschen, deshalb muss ich es jetzt zurück stellen. So, jetzt sitze ich richtig gut drin. Ich habe hier eine Lasche, nicht ziehen. Zuerst einmal drücken, dann kommt das Fußteil raus. Und jetzt ziehe ich an der Lasche und jetzt geht es runter. Jetzt kann ich mir auch das Kopfteil nochmal vorholen, jetzt macht es auch Sinn. Und ich sehe in den Kasten, sehr bequemer Sitz, sehr angenehm. Hier etwas softer aufgepolstert, aber unten schon fest. Und ich sitze hier richtig drin. Das Kochteil muss ich im oberen Zustand, das ist aber schwierig, gerade stellen. Ja, das geht am Anfang etwas schwierig. Das zeigt nur, dass das Sofa neu ist. Also ein Klemmbeschlag, der wird dann schon leichter. Leder angenehm, Longlife, imprägniert, passt. Eine leichte Melierung ist erkennbar. Sofa ist sehr kompakt in den Außenmaßen, hat aber trotzdem zwei vollwertige Sitze und geht einfach spielend leicht. So weit runter kann ich das mal zurückholen, wunderbar. Wenn ich jetzt vorgehe, aufbeziehen, jetzt habe ich hier dieses etwas störende, ich muss das wieder strecken. Kleiner Nachteil. Ja, was lässt sich noch sagen, robuste Technik, kompakt in den Maßen, hoher Rücken, wirkt etwas blockig. Aber Sitzkomfort einzigartig, hier sieht es richtig gut, das Sofa umfasst mich. Etwas heißt es, wir haben ein Stück bekommen aus Kundenstorno für 1290 Euro. Ein Bruchteil des normalen Wertes plus 99 Euro Versand. Wenn Sie mehr Fragen haben, ruhen Sie mich an, 0173 80 89 748 oder shop at profischnapp.de. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und schauen Sie unter profischnapp.de slash Neuheiten was Neues gibt. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de